Meine Vergangenheit kennt ihr jetzt, seitdem ist viel passiert. Ich habe mir ehrgeizige Ziele gesetzt und sie erreicht. Ich bin kein genetisches Wunderkind. Ich bin nicht Everybody's Darling. Keiner unterstützt mich hierbei. Ich finanziere mich komplett selbst. Das ist mein Projekt, mein Werdegang, mein Leben. Ich bin der Underdog. Ich bin einer von euch. Ich war nur dickköpfig genug, so lange zu kämpfen, bis ich da angekommen bin, wo ich jetzt stehe. Es ist Zeit für den nächsten Sprung. Und ihr könnt mich begleiten. Ich bin einer von euch. Ich bin der Underdog. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.